Du bist Deutsch-Länder. Deutsch-Länder. Komm, wir holen die. Ah, komm, das war halt durch diesen scheiß Satze. Ganz ehrlich, MP und dann geht's rein da. Fack halt's ab. Na, der ist schuld. Ich glaube, langsam wird's halt richtig zu spielen. Wie war der nicht drauf? Jo. Anyway. Ja, okay, danach können wir einen anderen mitmachen. Wobei Vertigo seit jeher ne T-Sided Map ist. Die kriegen nur Runden, weil wir die ganze Zeit nix, äh, weil wir die ganze Zeit blind drauf pushen. Voila, sag an die holen uns jetzt auch. Wo ist der? Hier unten. Du musst zu uns kommen. Ja, Digga, der ist zu mir gekommen, weil der ist einfach nur an, bis zum geht nicht mehr. Den Port den Oren mal bitte. Ja, komm. Wir können eigentlich liefen. Wir können eigentlich liefen. Hingestellt lassen. Oder die versuchen, wenn sie sie zu nifeln. Das ist doch eben was. Äh, wenn wir die Runden haben, wir brauchen uns freien Weg von den Killen lassen. Digga, safe nicht. Die haben wir halt wirklich getan. Ja, die killen uns jetzt noch. Die Letzte, die wir bräuchten. Er hat ne Negif gekauft. Also Leute, was lernen wir daraus? Wenn man denn zuerst was haben will, muss man einfach nur nicht fragen. Oh, Digga, ich endere halt auch die Toast Bullshit. Und ich hab noch einen neuen Skin bekommen, den ich schon habe. So, unten ist Dk. Easy. Ähm. Dk. Dk.